so liebe freunde wir sind hier gerade am flughafen zürich tegel und es gibt ein kleinen ein kleines hauskonzert in zürich und da geben wir jetzt fliegen wir jetzt rockenroll mäßig hin das ist das ist sorens erste flugrockreise sozusagen und er bringt jetzt zweiter natürlich natürlich jet set und er bringt jetzt seine gitarre weg spannend und ich überlege habe ich mir einen neuen tourkoffer kaufen sollte und zwar diesen hier spektakulär wir essen eine rockwurst er nimmt jetzt erster flug er ist ja so aufgeregt so wie wir sehen sind die zeugen neben syren ausschließlich andere weibliche und männliche foxdogs das wird ein festival so jetzt sitzen wir mit der lieben sarah im automobil und sie fährt uns nach beinwiel am see a.k.a. böhm.u hinten sitzt der rockstar er hat seine brille auf oh man in kokento er will nicht erkannt werden er ist ja eine größe im land und ja gleich kommen wir an willkommen in der schweiz was für eine wunderbare aussicht der syren ist schon wohl gestärkt und betrunken denn er trinkt tee mit tschüss 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 z glaube ich Wir machen uns warm und Zürich ist bereit. So, das war ein wunderschönes Konzert. Wir haben leider gestern vergessen. Einfach noch ein bisschen was vom Konzert zu filmen. Aber es war schön. Und ich glaube, unsere Gastgeberin hier sitzt sie. Sarah, danke nochmal. Sie hat uns in die ländliche Schweiz entführt. Und ja, ca. 60 Leute haben zugehört. Sören ist aufseelig. Wir trinken noch einen letzten Kaffee, bevor es mit der Air Berlin zurück nach Berlin geht. Mit irgendeiner Fluglinie. Es könnte auch EasyJet sein. Wir wissen es nicht. Weil wir sagen natürlich nicht, wie die Airline heißt, mit der wir fliegen. Genau. Es gibt da ganz viele Airlines. Genau. Also wir fliegen mit Dumbo R1 zurück nach Hause. Und war schön gestern. Wir versuchen nächstes Mal im Videoblog auch ein bisschen was vom Konzert zu zeigen. Genau. Und jetzt geht's zurück nach Hause. Oh, scheiße. So, Berlin-Flughäfen. Könnte ich genug von Flughäfen bekommen? Nein. Hier, in Kahn-Zürich. Nein. Sprüngli. Sprüngli, Schokolädeli. Tutti, frihli. Wir kommen heute. Tschüss. Tschüss. So, wir sind zurück zu Hause. Und wir haben es voll verplant, was vom Konzert mitzuschneiden. Deswegen zeigen wir jetzt noch hier ein bisschen Berliner S-Bahn. Heimatliche S-Bahn. Und zum Abschluss gibt es trotzdem noch ein kleines bisschen Musik von der Probe vor dem letzten Berlin-Konzert am Samstag. So klingt das. Bis bald. います heute. rrr. bis bald. uc dönings? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020